Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Pathologie-Interessierte, herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Pathologie – Schlüssel zur Krebstherapie. In diesem Teil beschäftigen wir uns mit dem Thema Prostatakrebs. Experten im Studio sind heute Herr Professor Christiansen, Leiter der Pathologie am Universitätsklinikum Bonn und Herr Dr. Hauser, stellvertretender Direktor an der Abteilung für Urologie ebenfalls am Universitätsklinikum Bonn. Bevor wir uns unserem Thema widmen, seien Sie doch bitte so freundlich und stellen sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal selber kurz vor. Herr Professor Christiansen. Ja, guten Tag. Mein Name ist Glenn Christiansen. Ich bin seit 25 Jahren in der Pathologie tätig, leite seit zehn Jahren die Universitätspathologie am Standort Bonn und befasse mich seit über 20 Jahren wissenschaftlich und auch klinisch mit der Thematik des Prostatakarzinoms. Herr Dr. Hauser. Mein Name ist Stefan Hauser. Ich bin auch seit 25 Jahren in der Urologie tätig, habe einen Schwerpunkt in der Uro-Onkologie, bin mit der operativen und medikamentösen Therapie von Patienten mit Prostatakarzinom befasst. Ja, Herr Professor Christiansen. Wie wahrscheinlich ist denn eigentlich ein Prostatakarzinom? Mit welcher Häufigkeit tritt es auf? Das Prostatakarzinom ist der häufigste maligne Tumor des Mannes. Es ist also wirklich ein Blockbuster-Tumor, wenn Sie das so nennen wollen. Und er tritt in Deutschland mit etwa 60.000 Neuerkrankungen pro Jahr auf. Ah ja. Herr Dr. Hauser, was weiß man denn über Ursachen von Prostatakarzinomen? Es gibt verschiedene Faktoren, die das Auftreten begünstigen. Es sind das Alter. Also die Gesellschaft wird älter. Früher mit einem Durchschnittsalter von 60 Jahren haben viele Patienten das Karzinom nicht erlebt. Das hat sich heute geändert. Es gibt, die Herkunft spielt eine Rolle. Wir wissen, dass es ein Nord-Süd-Gefälle in Europa gibt, was die Häufigkeit des Auftretens betrifft. Wir wissen, dass familiäre Faktoren, also die Genetik und die Vererbbarkeit, dafür ein Prostatakarzinom zu bekommen, ebenfalls eine große Rolle spielen. Was weiß man über Heilungschancen? Also wie gut sind die? Natürlich jetzt immer bezogen aufs Stadium. Es hängt vor allem vom Stadium ab, wenn das diagnostiziert wird. Und das ist ja auch letztlich im weitesten der Sinn der Vorsorgeprogramme. die Patienten sehr früh zu diagnostizieren, sodass wir mit einer lokalen Therapie oder einer beobachtenden Strategie, da gibt es sehr unterschiedliche Formate, mit denen man behandeln kann, die Chance hat, den Tumor zu beherrschen, solange er lokalisiert ist und ihn damit auch zu heilen. Und da sind bei den lokalisierten Stadien die Heilungschancen eigentlich ausgezeichnet. Ich würde als Pathologe ergänzen, wenn man mal die verschiedenen Malignome miteinander vergleicht, hat das Prostatakarzinom zum Beispiel im Vergleich zum Lungenkarzinom eine deutlich bessere Prognose. Es bedeutet also nicht sofort ein Todesurteil sozusagen, wenn die Diagnose gestellt wird, sondern der Patient kann sich je nach Stadium und je nach Tumorparametern, auf die wir ja gleich noch näher eingehen werden, dann doch auf eine sehr gute Therapiemöglichkeit freuen. Gibt es denn Frühindikatoren, wie werden denn Männer mit Prostatakarzinom überhaupt identifiziert? Also in unserer Zeit, wenn die Patienten häufig diagnostizierte im Rahmen der Vorsorge, da gibt es verschiedene Untersuchungen, die gemacht werden. Die wichtigste Untersuchung oder so aus meiner Erfahrung, die häufigste Stellung der Diagnose Prostatakrebs, da war der Auslöser eine PSA-Wertbestimmung. Ob jetzt in der Folge, es ist nicht nur ein Wert mit einem Überschreiten eines Grenzwerts, sondern dass man auch die Dynamik dieses Wertes über die Jahre sich angucken kann, triggert häufig dann den Verdacht auf ein Prostatakarzinom. Dann gibt es weitere Untersuchungen, die in der Folge gemacht werden. Und das mündet dann am Ende in der Biopsie der Prostata, die ist dann nötig. Und am Ende mit der Biopsie steht der Pathologe, der das dann diagnostiziert. Nochmal zur Vorsorge, Stefan. Ab welchem Alter kommen denn die Patienten oder ab welchem Alter haben die einen Anspruch auf die Vorsorgeuntersuchung? Also ab 45 Jahren kommen die Patienten und dann gibt es Untersuchungen, die im Rahmen der Vorsorge gemacht werden. Das wäre einmal die Untersuchung der Prostata durch den Enddarm mit dem Finger. Das ist nicht sehr spezifisch. Wenn man was tastet, ist die Sensitivität hoch. Also wenn ich einen Tastbefund habe, der für mich tumorverdächtig ist, dann ist es halt häufig auch ein Tumor. Aber der negative Tastbefund, und das sind die Tumoren, die wir lieber haben, nämlich die, die wir nicht tasten können. Weil da wissen wir, dass das Risiko, dass der Fortgeschrittenes gering ist, die wollen wir eigentlich früher finden. Und das sind die Patienten, die wir in der Regel finden, indem wir den PSA-Wert bestimmen. Und das ist ja schon noch interessant, dass die Tastuntersuchung, die ja auch viele Karzinome verpasst, Teil der regulären Kassenleistungen ist, während der PSA-Wert es bis heute nicht ist. Das ist in der Regel eine individuelle Gesundheitsleistung. Also das sind Untersuchungen, die bezahlt werden müssen. Da gibt es berufspolitisch mit den Krankenkassen, das kann man einen eigenen Podcast mitfüllen, Dinge. Aber laut Leitlinie soll dem Patienten die Bestimmung angeboten werden, nachdem sie über das Für und Wider dieser Untersuchung aufgeklärt wurden. Ja, also Frühsymptome, um das nochmal ganz klar zu sagen, gibt es nicht beim Prostatakarzinom. Wenn der Prostatakrebs symptomatisch wird, also es ist jetzt nicht wie bei der gutartigen Prostatervergrößerung, dass der Patient sagt, wenn er auf einmal Beschwerden beim Wasserlassen hat, der strahlt schlechter, ist man nachts dreimal auf Toilette muss oder so, dass dann ein Prostatakrebs vorliegt, das ist nicht der Fall. Das ist eher die gutartige Prostatervergrößerung, was auch eine Differenzialdiagnose sein kann, zum Beispiel für einen erhöhten PSA-Wert. Das ist nicht das Thema. Also da gibt es nichts, was spezifisch ist. Symptomatisch wird das Prostatakarzinom in der Regel erst, wenn Metastasen vorliegen, also wenn Knochenmetastasen, zum Beispiel Rückenschmerzen auslösen und die hartnäckig nicht weggehen, dann muss man auch zum Beispiel an ein Prostatakarzinom denken. Ja, wo Sie gerade über den PSA-Wert sprechen, der PSA-Test ist so ein bisschen in die Diskussion geraten, warum eigentlich? Der PSA-Wert ist in die Diskussion geraten, weil wir viele Untersuchungen machen und der PSA-Wert eben nicht tumorspezifisch ist. Also jeder Mann, der eine Prostata hat, hat auch einen messbaren PSA-Wert. Also der ist organspezifisch, aber nicht tumorspezifisch. Also der geht auch nicht nur hoch, wenn ein Prostatakrebs in der Prostata ist. Der Wert kann auch hochgehen, wenn ich eine Prostataentzündung habe. Der Wert geht hoch, wenn ich eine sehr große, gutartige Prostatavergrößerung habe. Kann er in einen Wertebereich kommen, wo man annehmen kann, dass Krebs zugrunde liegt? Und dieser Wert zieht viele Untersuchungen nach sich, auch bei Männern, die eben keinen Krebs haben. Also wir haben einen gewissen Trigger für Untersuchungen, die individuell der Patient vielleicht nicht braucht. Aber andersrum, es ist für uns der Wert, der am häufigsten zur Diagnose Prostatakrebs auch führt. Und darum ist er für uns wichtig. Und man kann das Prostatakarzinom einfach tasten. Die Nachbarschaft von Enddarm und Prostata, da sind Millimeter, die dazwischen sind. Man kann das sehr gut tasten, aber ein tastbares Karzinom ist auch ein großes Karzinom. Und je größer der Tumor in der Prostata ist, umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich eben ein nicht organbegrenztes Stadium habe. Und das versuchen wir eben mit dieser Vorsorge und eben auch mit dem Einsatz dieses empfindlichen Tests zu machen. Wir diagnostizieren viele PSA-Werte Erhöhungen, wo eben kein Krebs zugrunde liegt. Aber es ist aktuell noch der beste etablierte Test, den wir haben. Die Leitlinie sagt, man bietet es dem Patienten an. Wir besprechen das Für und Wider des Tests. Der Patient muss Kenntnis davon haben, dass der Wert halt ein Hilfsmittel ist, um zur Diagnose zu kommen und selbst nicht den Tumor diagnostiziert. Und wenn ich einen pathologischen Wert habe, wird der auch erstmal in einem gewissen Abstand kontrolliert. Also innerhalb von vier, sechs Wochen macht man noch eine zweite Bestimmung, um das zu bestätigen. Weil auch der ist nicht in Stein gemeißelt, sondern der unterliegt gewissen Schwankungen. Und da muss man dann auch gucken. Aber das ist eine Sache, die zwischen dem Patienten und seinem Arzt diskutiert wird. Ja, um das nochmal zu ergänzen. Ich denke, ein Teil der Diskussion auch in den Medien rührte von der Frage her, ob man diesen Marker zu einem systematischen Screening aller Männer heranziehen soll oder nicht. Und da gab es ja sehr, sehr unterschiedliche Daten unterschiedlicher Studien. Es gab eine große amerikanische Studie, die zu dem Ergebnis kam, es bringt nichts, die Männer frühzeitig zu detektieren über ein PSA-Screening-Programm. Und es gab eine europäische Studie, die ERSBC-Studie, die eben sehr wohl zeigte, dass das Screening den Männern Leben rettet. Wobei dann, um dann tiefer in diese Diskussion einzusteigen, man sich fragen muss, wie viele Männer muss ich screenen, um wie viele Karzinome zu detektieren, wie viele Männer zu therapieren und am Ende wie viele Leben zu retten. Und diese lange Kette wird von den Experten recht unterschiedlich bewertet in ihrer Nutzen-Kosten-Relation. Also es gab bei der amerikanischen Studie auch das Problem, dass die Männer, die eigentlich keinen Test erhalten haben, sich haben dann doch testen lassen außerhalb der Studie. Und damit hat man natürlich in dem Arm, der eigentlich nicht getestet war, eben auch viele Tumore dann irgendwann gefunden. Und das war in der europäischen Studie nicht so. Und darum wurde in Europa der Vorteil gezeigt. Aber es ist halt, das kocht hoch. Und was man eben auch sagen muss, mit der Vorsorge sind ja jetzt nicht nur Urologen betraut, sondern das geschieht ja auch bei Hausärzten, Internisten. Und da haben sich natürlich alle Fachgesellschaften auch zu dem Gebrauch von diesem Test positioniert. Und das wird abhängig von der Fachgesellschaft auch durchaus unterschiedlich bewertet. Aber wichtig ist, und da finde ich, ist die Leitlinie eigentlich gut gelungen in dem Teil, dass man das mit dem Patienten bespricht. Also wenn man jetzt den PSA-Wert hat sozusagen, der dies und das bedeuten kann, also ein Karzinom bedeuten kann, aber auch noch andere Dinge, wie Sie ausgeführt haben. Was ist denn dann der nächste Schritt? Also wie werde ich sozusagen sicher, dass es sich vielleicht um ein Karzinom handelt? Da spielen bildgebende Verfahren, glaube ich, eine zentrale Rolle, oder? Da hat in den letzten Jahren die Magnetresonanztomographie Einzug gehalten. Und das nennt sich ein multiparametrisches MRT. Beim MRT kann man verschiedene, dadurch, dass man die Eigenschaften der Magneten und der Kontrastmittel, die man da einsetzt, auf unterschiedliche Art und Weise auswertet, kann man zum Beispiel die Diffusion zwischen Zellen sichtbar machen. Und man weiß, dass Diffusion in einem Tumor, weil im Krebs oder im Prostatakrebs die Zellen enger gepackt sind, hat man mehr Diffusion auf der kleinen Fläche. Und das zeigt einem diese Sequenz an. Wir gucken das Kontrastmittelverhalten an, wir gucken in den verschiedenen gewichteten Sequenzen das Verhalten des Gewebes an. Und aus diesen Gesamteigenschaften wird dann ein Wert abgeleitet, der heißt Piratswert. Das geht von 1, kein Verdacht auf Prostatakrebs, bis zu 5, sehr wahrscheinlich, dass ein Prostatakrebs vorliegt. Das wird genau bezeichnet, wo das ist. Also da gibt es eine anatomische Landkarte der Prostata, wo man sehr genau dann vom Radiologen gezeigt und angezeichnet bekommt, wo das ist. Und das bestätigt, einen a-genauer biopsieren zu können. Das ist der eine Vorteil, dass es dann für die weitere Diagnostik sehr viel exakter wird. Das andere ist, wir haben keine hundertprozentige Sicherheit, dass wenn ich ein MRT habe, in dem ich keine tumorverdächtige Läsion sehe, dass auch kein Krebs vorliegt, die Wahrscheinlichkeit sinkt. Bei uns ist es immer schwierig mit dem Absoluten, ja, nein, sondern unser Vielleicht wird kleiner. Also wir haben dann, finden bei Patienten, wo im MRT nichts ist, bis je nach Studie 10% haben vielleicht dann doch ein relevantes Karzinom. Aber das zieht dann weitere Diagnostik nach. Ich muss mit dem Patienten dann besprechen, dann ist es eben unter Umständen immer die Gesamtkonstellation beachtend. Also PSA, welche anderen Befunden ich noch habe, sinnvoll auch trotzdem zu biopsieren, auch wenn ich ein negatives MRT habe. Ich glaube, es ist ganz wichtig, noch mal zu betonen, dass wir ja lange Zeit für das Prostatakarzinom keine wirklich gute Bildgebungsmodalität hatten. Dass auch der Ultraschall, der ja sehr verbreitet ist, bei sehr großen, sehr fortgeschrittenen Tumoren vielleicht ein bisschen helfen kann, aber die vielen kleinen Tumoren, die wir dann auch erkennen wollen, eben übersieht. Und wir haben jetzt mit dem multiparametrischen MRT, dem MPMRT, jetzt erstmals eine wirklich brauchbare Bildgebungsmodalität, die jetzt auch in die Breite kommt und die darum jetzt auch in der aktuellen Leitlinie für die Patienten reingeschrieben wurde, dass die auch vermehrt eingesetzt wird. Und da sind wir Pathologen natürlich auch sehr dankbar, dass man so ein bisschen genauer weiß, was ist denn da jetzt in der Stanze drin? Denn früher war es klar, nach der PSA-Erhöhung und dem unklaren Ultraschallbefund kommt gleich als nächster Schritt die Stanzbiopsie. Und jetzt hat man da noch so eine Bildgebungsmodalität davor, die einem noch ein bisschen mehr Informationen gibt. Wenn man sich die Prostate vorstellt, dann wissen wir, dass 70% der Tumore in dem nach hinten gelegenen Teil der Drüse sind. Das ist der Teil, den ich vom Enddarm aus mit dem Ultraschall gut erreichen kann oder auch tasten kann. Aber das sind 70% über den Daumen der Tumore, die da vorkommen. Das heißt, 30% liegen wirklich woanders. Und unsere systematische Biopsie, also das heißt, wir haben ein Standardschema, nach dem Proben entnommen werden. Standardschema heißt, wir entnehmen in Lokalanästhesie zwölf Proben aus beiden Seitenlampen der Drüse sehr genau definiert. Aber wir haben zum Beispiel den vorderen Anteil der Drüse nicht mit dem Fokus gehabt. Und da richtet das MRT eigentlich dann auch den Blick hin. Also dass wir häufiger atypische Läsionen finden, kleinere Läsionen finden. Und man kann entweder im MRT oder häufiger eigentlich in der Fusionsbiopsie, das heißt, die Bilder vom MRT werden in ein spezielles Ultraschallsystem eingespielt, sodass die MRT-Bilder die Grundlage für den Ultraschall sind. Dann wird also ein dreidimensionales Modell der Prostata im Ultraschallgerät erzeugt. Und man kann die zuvor markierten Läsionen im Ultraschall sichtbar machen und ganz genau biopsieren. Das ist die Fusionsbiopsie. Also MRT und Ultraschall werden miteinander fusioniert, sodass man aus beiden Entitäten, der Vorteil im Ultraschall ist, dass die Biopsie im MRT ist relativ aufwendig. Man kann nur nicht magnetische Materialien verwenden etc. Plus die systematische Biopsie ist da schwierig. Und die geht wiederum mit dem Ultraschall besser. Und auch leitlinienkonform soll man eben nicht nur das biopsieren, was das MRT-Arm anzeigt, sondern auch eine systematische Biopsie zu haben, um Sachen, die nicht abgebildet sind, zu machen und um sich vom Ausmaß des Tumors in der Drüse im Bild zu machen. Was kommen wir später noch drauf, eben für bestimmte Therapiestrategien eben auch wichtig ist, zu wissen, wie ausgedehnt in der Drüse ist der Tumor. Weil wir auch Konzepte haben, wo wir sagen, wenn es sehr beschränkt ist, dann wird nicht behandelt, sondern beobachtet. Ja, man sollte vielleicht auch erwähnen, dass in der Zeit vor der MRT-Bildgebung die, ich sage mal, Trefferrate einer Karzinom-Diagnose bei einer solchen Biopsie-Serie bei etwa 50, vielleicht 60 Prozent lag. Und diese Rate ist natürlich durch die Bildgebung besser geworden. Ja, für uns Pathologen bedeutet das natürlich, wenn wir nur 50 Prozent positive Stanzen haben oder Stanzserien haben, dass wir eben sehr, sehr viele Prostatastanzen untersuchen müssen, die am Ende negativ sind. Und für uns war natürlich das Aufkommen dieser neuen bildgebenden Methodik, so ein bisschen Hoffnungsschimmer, dass wir in Zukunft vielleicht ein bisschen weniger Arbeit haben, ja, und wir uns dann um diese Arbeit, die wir haben, noch besser kümmern können. Aber dieses Versprechen ist bis dato nicht gehalten worden. Im Gegenteil, wir haben die gezielten Stanzen und die systematischen Stanzen. Aber ich denke, das ist eben in dieser Übergangszeit nur natürlich, um eben noch mehr Erfahrung mit dem MRT zu sammeln und in großen Serien sozusagen das Prozedere der Zukunft erst zu erarbeiten. Vielleicht nochmal für mich zum Verständnis, damit ich auch ein Bild habe. Also diese gezielten Biopsien und die systematischen Biopsien, wie finden die eigentlich statt? Durch den Darm oder die Harnröhre oder überhaupt durch die Bauchdecke? Es gibt zwei Verfahren. Das eine ist eine transrektal-ultraschallgesteuerte Biopsie durch den Enddarm. Das ist die eine. Darm heißt, da sind Bakterien. Und mit der Biopsie besteht eine Gefahr, dass man Bakterienverschleppnis zu einer Entzündung kommt. Darum findet die Biopsie immer unter antibiotischer Abschirmung statt. Also die Patienten kriegen entweder Tabletten oder kurz vor der Intervention eine Infusion. Das ist alles ambulant. Und der Darm wird mit einer desinfizierenden Jodlösung behandelt, sodass das Risiko maximal minimiert ist. Der andere Zugang ist durch den Damm. Also der Darm ist zwischen, wenn man so will, dem Hodensack und dem Enddarm, wird durch die Haut punktiert und die Proben entnommen. Das ist auch Ultraschall geführt. Der Ultraschall ist in dem Fall auch im Enddarm, weil der dann die genaue Navigation und Lokalisation der Probenentnahmen gewährleistet. Das sind beides Fahren, die man machen kann. Kann man beide in Lokalanästhesie machen. Aktuell ist es so, dass die perinealen Stanzen nicht selten auch in Narkose gemacht werden. Aber das ist prinzipiell beides in Lokalästhesie machbar. Verstehe. An dieser Stelle vielleicht doch noch mal nachgefragt, wann fällt denn eigentlich die Entscheidung für die Biopsie? Also ich habe jetzt ein auffälliges MRT oder gibt es noch andere Faktoren? Also wird auch biopsiert bei einem unauffälligen MRT? Wann wird denn, warum biopsiert eigentlich? Wenn ich klinisch, also klinisch durch meine, entweder einen erhöhten PSA-Wert, der, also sagen wir mal, jetzt hoch ist, 20 und höher, das kann auch zum Beispiel mal entzündungsbedingt sein. Ja, aber wenn ich keine Entzündungen in der Prostata finde, keine Infekte oder infektspezifischen Beschwerden vorliegen, ich einen Tastbefund habe, den das MRT nicht abbildet, hat mir eben gesagt, das ist, es hilft uns und es ist sehr genau, aber es bildet nicht 100 Prozent. Wir haben ein gewisses Restrisiko, dass wir ein relevantes Karzinom haben, ohne dass das MRT das zeigt. Und dann muss man das mit dem Patienten besprechen, dann würden wir eine systematische Biopsie machen, weil wir kein Target, also Ziel haben im MRT, wo wir hinziehen, dann gibt es die klassische Biopsie nach diesen Lokalisationen, die vorher definiert sind. Ich glaube, der Haupttrigger für eine PSA, für eine weitere Untersuchung ist immer noch die PSA-Werterhöhung. Also wenn ich da richtig informiert bin, gibt es tatsächlich auch Überlegungen oder Ideen, dass das MPMRT eine Biopsie oder bestimmte Biopsien ersetzen könnte. Ist das so? Ist das sinnvoll? Es gibt bisher wenige Studien, die einem das nahelegen. Es gibt eine Studie aus China, wo zehn Patienten mit einem auffälligen MRT-Befund ohne histologische Sicherung operiert wurden. Und dann schreiben die Autoren, in neun von zehn Fällen war tatsächlich im entnommenen Organ auch Karzinom und nur einer von zehn, aber das sind ja zehn Prozent, hatte gar kein Karzinom. Und ich denke mal, das Risiko ist viel zu hoch. Also bei uns in Deutschland muss ein Karzinom histologisch gesichert worden sein, bevor man es therapieren kann. Und von daher denke ich mal, man wird weiterhin die gezielten Sachen, die man sieht, im MRT biopsieren. Man muss in Studien allerdings überprüfen, ob bestimmte Tumoren, die relativ klein sind, die eine wenig Aggressivität haben nach histologischen Kriterien, ob man die mit dem MPMRT longitudinal monitorieren kann, um den Patienten dann diese Rebiopsien zu ersparen. Das muss man, glaube ich, noch prüfen. Und das wird eine interessante Frage sein, weil das dem Patienten natürlich diesen invasiven Eingriff ersparen würde. Also wenn ich das nochmal versuche zu übersetzen, es gibt bestimmte kleine Arten von Tumoren, die man im MPMRT erkennen kann, wo man dann überlegen kann, man kann auf eine Biopsie verzichten, weil sie eben invasiv ist und beobachtet lieber weiter. Ist das richtig verstanden? Das ist zumindest eine Theorie. Oder vielleicht haben Sie in der systematischen Biopsie einen kleinen Tumor, der in der MRT ganz unsichtbar ist. Und dann wird einfach die MRT wiederholt und man hofft, dass da weiterhin alles unsichtbar bleibt. Natürlich würde man nie auf den PSA-Wert zur Verlaufskontrolle verzichten. Aber wenn der PSA-Wert niedrig bleibt und im MRT-Befund keine Auffälligkeit zu sehen ist, kann man sich natürlich überlegen, ob man die Biopsie aufschiebt. Aber das muss in Studien geprüft werden. Das würde ich jetzt noch nicht als Therapieempfehlung formulieren. Also aktuell ist bei der Strategie der aktivitiven Überwachung wird in jedem Fall nach einem Jahr nochmal eine Biopsie empfohlen. Ja, wo wir gerade drüber sprechen, kann man denn sagen, wenn ich eine unauffällige Biopsie-Serie habe, dass ich dann dem Patienten Entwarnungen geben kann, kann man davon ausgehen, dass dann kein Karzinom vorliegt? Nein, kann man nicht. Weil die Biopsie entnimmt ja nur einen sehr kleinen Teil der Prostata. Das heißt, Sie können aus diesem kleinen Teil nicht zwingend auf das restliche Organ schließen. Aber es gab ja auch einen Grund, warum der Patient biopsiert wurde, also eine PSA-Erhöhung in aller Regel. Und wenn wir in den Stanzbiopsaten jetzt einen Grund für eine PSA-Erhöhung finden, wie etwa eine eitrige Entzündung, dann ist der Patient natürlich schon ein bisschen entwarnter, weil man eine Erklärung für die PSA-Erhöhung hat. Wenn wir aber einfach nur völlig normales Prostatagewebe finden, ohne Entzündung und kein Korrelat für die PSA-Erhöhung haben, dann muss der Patient weiter engmaschig kontrolliert werden. Und da gilt dann so der Spruch unter Diagnostikern, einmal ist keinmal. Man würde den Patienten also im halben Jahr oder so erneut biopsieren. Natürlich auch unter Berücksichtigung des PSA-Verlaufes. Aber das ist dann eine individuelle Entscheidung. Da gibt es jetzt auch kein wirkliches Kochrezept. Aber man muss den Patienten, wenn das, was zur ersten Biopsie geführt hat, weiter vorliegt, eben auch die Biopsie im Verlauf anbieten. Und es gibt natürlich auch Nicht-Tumor-Befunde, die dennoch für euch wichtige Informationen bedeuten. Wenn wir jetzt beispielsweise in vier von zwölf Stanzbiopsaten eine Vorläufer-Läsion eines Karzinoms erkennen, dann weiß der Urologe, Moment, bei dieser Prostata ist was im Schwange. Diesen Patienten werde ich definitiv nachkontrollieren und vielleicht auch eher früher als später. Ja, also wenn der Pathologe jetzt die Probe, die Biopsieprobe, die Stanzbiopsie vorliegen hat, was untersucht er eigentlich genau? Welche Parameter schaut sich der Pathologe an? Der Pathologe wird das Gewebe, was ja in einer Fixierlösung zu uns kommt, zunächst einmal entwässern, dann in einem Wachs eingießen. Dann werden sehr, sehr feine Schnitte gemacht. Die Schnitte sind so dünn, dass man sie ohne eine Färbung unter dem Mikroskop kaum erkennen kann. Dann werden sie gefärbt. Die Schnitte sind zwei bis drei Mikrometer dick. Und dann schauen wir uns an, wie sehr weicht das, was ich sehe, von der normalen Mikroarchitektur des Organs ab. Also wir müssen die Anatomie, die feingewebliche Anatomie aller Organe als Pathologen ganz gut kennen und verstehen, um eben Abweichungen von der Norm zu erkennen. Das ist ja dann quasi der Beginn einer Krankheitsdiagnose, dass etwas von der Norm abweicht. Und das wird dann eben klassifiziert, je nachdem, was abweichend ist. Ich erkläre das meinen Studenten immer so, Pathologie ist eigentlich ganz einfach. Das ist so ein bisschen wie in der Sesamstraße. Eins von den Dingen ist nicht wie die anderen hier. Und das impliziert ja einen Vergleich von dem, was ich sehe, mit der Norm. Und so gesehen ist Pathologie ein sehr, sehr visuelles Fach. Man muss da ein bisschen visuell begabt sein, mit Bildern etwas anfangen können. Und das lässt sich natürlich auch durch die Arbeit in der Pathologie noch weiter trainieren. Ein wichtiger Parameter, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Gleason-Score sozusagen. Der hilft, die Tumore einzuordnen. Was genau ist der Gleason-Score? Der Gleason-Score ist ein Graduierungssystem. Wenn wir einen Tumor diagnostizieren, und ich möchte noch ergänzen, auch ein bisschen als Antwort auf Ihre Vorfrage, wenn wir eine Biopsie-Serie haben, dann interessiert den Urologen natürlich nicht nur Krebsjahrnein, sondern er möchte wissen, wie viele von meinen Biopsaten sind tumorfrei oder sind tumorbefallen und wie ausgedehnt ist in der Einzelstanze der Tumorherd. Macht ja einen Unterschied, ob ich irgendwo einen kleinen 1-Millimeter-Punkt-Tumor habe oder ob die ganzen Stanzen von vorne bis hinten über 20 Millimeter, das ist so die Länge dieser Stanzen, maximal tumorig setzt sind. Also das ist so ein bisschen Maß für die Ausdehnung des Tumors in der Prostata. Das ist der eine wichtige Parameter, der auch in die Therapieplanung eingeht. Und der andere ist der Versuch, dem Tumor anzusehen durch sein Wachstumsmuster, wie aggressiv er sich biologisch wohl verhält. Das nennen wir generell in der Pathologie die Graduierung eines Tumors. Im englischen Grading, wird häufig auch so als neudeutscher Begriff, so welchen Grad hat er, welches Grading liegt vor, so benutzt. Und jeder Tumor hat ein eigenes Graduierungssystem, weil die Tumoren sich eben doch sehr von ihrer Biologie her unterscheiden. Und das Prostatakarzinom ist ein sehr besonderes Karzinom, weil es sehr vielgestaltig aussehen kann. Wir sprechen von der intratumoralen Heterogeneität, um mal so ein richtig kantiges Fremdwort zu benutzen. Und diese Schwierigkeit der Vielgestaltigkeit dieses Tumors hat auch die Entwicklung eines Graduierungssystems lange behindert oder verzögert. Und es war Donald Gleason in den 60er Jahren ein relativ junger und bis dato völlig unbekannter Pathologe, der übrigens eine interessante Biografie hatte, weil er irgendwann mal aus der Medizin ganz aussteigen wollte, nach Paris ging, Maler werden wollte. Ja, Paris, 50er Jahre, Sartre. Also da spielte er intellektuell so ein bisschen global die Musik. Er war da nicht so erfolgreich und kam dann zurück in die USA, hat seine Karriere als Pathologe fortgesetzt und bekam von seinem urologischen Kollegen, einen Dr. Mellinger, den Auftrag, mal ein Kategorisierungssystem für Prostatakarzinome zu entwickeln, weil der Urologe so eine Multi-Center-Studie, wo Patienten aus mehreren Krankenhäusern miteinander verglichen werden sollten, starten wollte. Und er brauchte irgendein histologisches, irgendein pathologisch-anatomisches Kategorisierungssystem und hat ihm das mal so als Auftrag gegeben. Mach da mal was, entwickle da mal was. Damals gab es mehrere konkurrierende Graduierungssysteme, von denen keins sich so richtig durchgesetzt hatte in der Breite. Und Donald Gleeson sagte, okay, ich gucke mir mal eine Serie von knapp 300 Prostatakarzinomen an, lass einfach mal die Bilder auf mich wirken und überleg mir mal was. Und man muss dazu wissen, er hatte in seiner Studentenzeit einmal in einer psychiatrischen Studie mitarbeiten dürfen, wo man auch versuchte, für weiche Symptome von psychiatrischen Erkrankungen irgendwie doch Kategorien festzulegen. Und er hat quasi diese Methodik, die er in der Psychiatrie gelernt hat, auf die Bilder übertragen und hat dann die Bilder mal so ein bisschen geordnet und hatte dann die Theorie entwickelt, dass Tumoren, die sehr dicht am Normalgewebe sich orientieren, von ihrem Aussehen her, wahrscheinlich Tumoren sind, die sich auch quasi biologisch fast noch normal verhalten, während Tumoren, die besonders aggressiv sind, weil sie stark infiltrativ in Einzelzellen oder in groben, soliden Knoten irgendwo reinwachsen, vermutlich aggressivere Tumoren sein werden. Und so hat er dann all die Bilder, ich sage mal, nach Dedifferenzierung geordnet, ganz geordnet oben, ganz ungeordnet unten. Und dann hatte er dann dieses Kontinuum von Bildern, was er selber auch handgezeichnet hatte, er war ja Maler, hat er dann kategorisiert in fünf Muster und hat dann gesagt, hey, mit diesem System kann ich jetzt jeden Tumor, den ich sehe, irgendwie modellieren. Ich nehme einfach das häufigste Bild und das zweithäufigste Bild, was mich anspringt beim Mikroskopieren und addiere so das Muster 1 mit dem Muster 2 und komme dann so zum Gleason-Score. So, und als dann diese Idee mal umgesetzt war an dieser Serie von 270 Tumoren und dann die Daten vom Statistiker zurückkamen, zeigte sich, dass das hochgradig prognostisch ist, also viel mehr, als man das erwartet hätte. Und das belegte dann sozusagen den Erfolg dieses Graduierungssystems, das wurde 1966 publiziert, war dann sozusagen zunächst mal ein weiteres Graduierungssystem für das Prostatakarzinom. Und der große Siegeszug des Prostata, des Gleason-Gradings kam eigentlich als das Journal of Urology. Das war seinerzeit so das führende, weltweit führende Urologen-Journal, wo die wissenschaftlichen Arbeiten publiziert wurden, beschlossen hat, dass sie nur noch Studien publizieren, Prostatastudien publizieren, die das Gleason-Gradingsystem verwenden. Und das hat also sehr viel Rückenwind bekommen, dieses Gradingsystem, durch diese Editorenentscheidung. Und letztendlich ist es dann 2004 auch von der WHO übernommen worden und damit dann seit 2004, seit fast 20 Jahren global, der Standard für die Graduierung. Und es ist mehrfach überarbeitet worden von der Internationalen Gesellschaft für Urologische Pathologie. Es ist klar, 1966, das ist über 50 Jahre her, da hat sich natürlich auch einiges an neuem Wissen akkumuliert. Wir haben andere Techniken, die wir einsetzen. Wir wissen heute, dass einige der besonders hoch differenzierten Tumoren, die Donald Gleason kategorisiert hat, möglicherweise gutartige Läsionen sind, die man heute vielleicht nicht mehr als Tumor diagnostizieren würde. Aber diese Novellierungen, die einmal stattfanden 2005, dann 2014 und jetzt ganz aktuell nochmal 2019, die haben eben das neu hinzugekommene Wissen integriert. Und so hat sich dann auch so diese Zeichnung so ein bisschen modifiziert von dem ursprünglichen, von Donald Gleason noch selbst gemalten Bild zu einem von professionellen medizinischen Zeichnern entworfenen Schema. Und ja, das ist dann eben auch die Erklärung, warum man häufiger von der ISUB liest, weil ISUB die Abkürzung für die Internationale Society, Gesellschaft of Urological Pathology, also für urologische Pathologie ist, die in Konsenskonferenzen, das Expertenwissen eben bei diesen Konsenskonferenzterminen zusammengetragen und konsentiert hat und dann eben als Empfehlung formuliert hat. Und die WHO hat dann jeweils diese Empfehlungen auch übernommen. Ja, um es nochmal, dieses sehr komplizierte Thema grob zusammenzufassen, Donald Gleason kreierte diese fünf Gleason-Muster, von denen zwei sich zum Gleason-Score addieren. Und der letzte Schritt der ISUB 2014 war, diese verschiedenen Kombinationen, die möglich sind von Gleason-Scores, einfach mal in fünf Graduierungsgruppen zu separieren und zusammenzufassen. Und zwar in Gruppen, die klinisch auch wirklich sinnvoll sind. Okay. Ist es dann tatsächlich so, der Pathologe muss im Grunde eine ästhetische Entscheidung treffen, oder? Also er hat ein Bild sozusagen, was er beurteilen muss, vergleichen muss mit Vorlagen. Ja, das ist so. Also letztendlich ist es menschliche Mustererkennung, die hier stattfindet. Und das erklärt natürlich auch, dass ein und dasselbe Bild von unterschiedlichen Pathologen betrachtet, vielleicht nicht zum absolut identischen Ergebnis führen wird. Das Ergebnis wird sehr ähnlich sein, aber es wird vielleicht nicht in allen Fällen hundertprozentig identisch sein. Das würde die Frage einer Zweitmeinung eröffnen. Da kommen wir aber später zu. Wir wollen vorher noch mal weitergehen, sozusagen im chronologischen Ablauf einer Diagnose und Behandlung eines Prostatakarzinoms. Wenn jetzt also das Karzinom histologisch gesichert ist, das heißt also, wenn es einen PSA-Wert gibt, wenn es ein MRT gibt und eine positive Biopsie, folgt dann automatisch eine Operation? Wird dann eigentlich immer operiert? Ich glaube, die Frage geht an dich, Stefan. Ja, es wird nicht automatisch immer operiert. Also das klang jetzt eben schon an. Es gibt Konstellationen, da erfolgt keine Therapie oder beziehungsweise die Therapieform wäre dann die aktive Überwachung. Da müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Also dass der PSA-Wert nicht einen bestimmten Wert überschreiten darf, dass wir, dass jetzt eben der Gleason-Score nicht über einen gewissen Wert sein darf und dass die Ausdehnung in der Prostata definiert durch die Zahl der positiven Stanzen eben auch einen gewissen Wert nicht überschreiten darf. Das sind Patienten, denen man dann, das ist jetzt kein Abwarten, sondern das ist eigentlich eine Überwachungsstrategie. Es nennt sich aktive Überwachung. Die Patienten werden dreimonatlich mit einem PSA-Wert kontrolliert. Wenn er sich nicht verändert, also jetzt dramatisch ansteigt oder sich so eine errechnete Verdopplungszeit nutzt, wenn die nicht sehr kurz ist, dann kann man das lange durchhalten. Was in jedem Fall folgt, ist, dass man nach einem Jahr heutzutage nochmal ein MRT macht und dann auch nochmal biopsiert, weil wir auch wissen, dass zwischen dieser ersten Biopsie und der dann folgenden zweiten Biopsie es Veränderungen gibt. Dann jetzt kann man trefflich darüber streiten, ob das eine Veränderung ist, die der Tumor in dieser Beobachtungszeit hatte oder dass man jetzt einfach auch andere Tumoranteile gibt. Ein Samplingfehler kann das auch sein. Ja, also und dann ist es so, wenn das dasselbe Bild zeigt, wie in der vorherigen Untersuchung, geht diese Überwachung letzten Endes weiter. Was man damit eigentlich erreicht ist, wir wissen, dass wir, das klang auch schon mal an, dass wir Patienten haben, die zwar ein Prostatakarzinom haben, aber eins, was sie nicht gefährdet. Und dann ist die Frage, wie eingreifend darf bei sowas die Therapie für den Patienten sein oder anderer Fall, ich kann damit mit einer hohen Sicherheit die Therapie verzögern, weil mein diagnostisches Fenster, also von ich kann den Tumor gerade diagnostizieren bis zu das Fenster geht zu, bei ich kann es nicht mehr heilen. Also ich habe keine, bin nicht mehr im kurativen Ansatz. Und das Fenster ist bei manchen Prostatakarzinomen, nicht bei allen sehr weit, weil es gibt auch sehr aggressive Karzinome, High-Riskarzinome, wo wir eher wirklich darauf drängen, das schnell aktiv behandelt wird, weil diese Tumoren ein hohes Potenzial haben, den Patienten zu gefährden. Wäre eine Strategie. Eine andere Strategie sind bei Patienten, die Patienten werden in verschiedene Risikoklassifikationen eingeteilt, die das Ausmaß der Therapie beschreibt, die erfolgen muss. Also das ist zum einen die operative Therapie, die in der radikalen Prostatektomie bestellt. Da wird bei den Verfahren wird die Prostata entfernt, und die Samenbläschen. Die Samenbläschen sind zwei Organe, die hinter der Prostata sitzen. Die kennen ganz viele gar nicht, weil die Samenbläschen auch keine eigenen Krankheiten eigentlich so haben. Die liegen aber so nah an der Prostata dran, dass man die in jedem Fall mit entfernt. Und dann erfolgt im Rahmen der Operation in der Regel auch eine Entfernung der lokalen Lymphknoten. Dieser Eingriff kann zur Folge haben, dass die Erektion verloren geht, also dass die Gliedsteife, die für eine Geschlechtsverkehr notwendig ist, verschwindet. Es kann sein, dass es zur Inkontinenz kommt. Das sind Verfahren, die mit den modernen Operationsverfahren, was die Kontinenz betrifft, ist das eine absolute Minderheit, die das in einem höheren Grad zu erleiden hat. Und die Erektionsfähigkeit, das ist dann schon häufiger ein Thema. Da gibt es aber auch Verfahren, die das schonen können. Eine Alternative ist die Strahlentherapie. Und die Patienten werden eigentlich offen auch zu beiden Themen beraten. Wenn man so möchte, auch die Nebenwirkungen, die ich beschrieben habe, treten auch bei der Strahlentherapie auf. Wir wissen aus den Studien, die ich schon lange beobachtet habe, dass sich das im Laufe der Zeit auch angelegt. Also bei der Operation ist die Nebenwirkung sofort da. Bei der Strahlentherapie braucht es eine gewisse Zeit. Strahlentherapeuten würden jetzt einwenden, naja, das sind Bestrahlungen mit der alten Technik, weil man muss halt auch 15 Jahre beobachten, um das dann sagen zu können. Und die Technik der Bestrahlung hat sich schon auch in den letzten 10 Jahren deutlich verändert. Also das, was die Genauigkeit des Einblenden des Feldes betrifft usw. sodass Organe, also der Darm ist dahinter und der Strahl, die Bestrahlung muss auch zum Organ kommen. Und da gibt es halt neue Techniken, das genauer einzublenden. Der Patient wird beraten. Wir, ja, und für beide, also beide kurativen Therapien sind gut untersucht. Es gibt noch andere Therapien, die kommen, die aber aktuell in der Breite keine große Rolle spielen. Und das wäre auch Bestandteil der individuellen Beratung des Patienten, weil wir haben ein Prostatakarzinom diagnostiziert. Eigentlich ist da der Schritt nochmal zwei Schritte zurück. Bei wem diagnostiziere ich das denn? Also ich brauche für eine kurative Therapie, dass der Patient davon profitiert, muss er auch eine bestimmte Lebenserwartung mitbringen. Also wir wissen, dass so ungefähr, das ist jetzt auch immer so ein Wert, dass wir einen Patienten haben, der 70 ist, wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch 80. Dann würde er von der Therapie profitieren. Aber wenn dieser 70-jährige Patient stark vorerkrankt ist, mit zum Beispiel einer höchstgradigen Leberzirrhose oder so, dann ist das der Faktor, der ihn limitiert. Und da weiß ich auch, dass so ein Patient zum Beispiel durch die Operation gefährdet ist. Der muss gar nicht 70 sein, das kann er auch mit 60 haben. Also das ist, also zusammenschauen ist der Patient, wie gesund ist der Patient, was bringt er an Erkrankungen mit. Man muss offen alle Verfahren besprechen. Der Operateur vertritt seine operative Therapie, der Strahlentherapeut, die Strahlentherapie. Am Ende wird es so sein, dass wir mit dem Patienten ein Therapiekonzept haben. Die überwiegende Therapie aktuell ist die operative Therapie. Also es wird häufiger operiert als bestrahlt. Ist das so? Ja, ist das so. Und letzten Endes ist es mit den modernen Verfahren. Also aktuell sind ja die robotisch assistierten Verfahren, die eben mit einer ganz hohen, zehnfach vergrößerten Auflösung im Becken eine extrem genaue Präparation erlauben. Also die sind onkologisch hervorragend, die funktionellen Ergebnisse sind hervorragend, also sprich die Schonung der Kontinenz und auch der Erhalt der Potenz. Und auch wenn die Nebenwirkungen auftreten, das kann man behandeln, ist nicht unser Thema. Müssen wir auch gar nicht besprechen, weil das eigentlich sehr zuverlässig erhalten werden kann. Und wir haben auch bedingt dadurch, dass wir so ein modernes Verfahren haben, ist zum Beispiel Blutung eigentlich gar kein Thema mehr, was eben auch mit der Art, wie operiert wird, zu tun hat. Ja, um nochmal zusammenfassend zu den Therapieformen was zu sagen. Es ist, glaube ich, schon ein großer Erfolg der modernen, leitlinienorientierten, auch in Tumorboards besprochenen, interdisziplinären Therapieplanung. Das ist eben nicht mehr so wie vor 20 Jahren der Zufall ist, wo der Patient gerade aufgeschlagen ist. Ob er jetzt von einem Radiotherapeuten als erster gesehen wurde, dann wurde er bestrahlt. Oder von einem Urologen, dann wurde er operiert. Heute wird der Patient wirklich, ich sage mal, ergebnisoffen, nüchtern über die Vor- und Nachteile der Methoden informiert. Und dann auch gemeinsam im Konsens geguckt, was passt für wen. Es ist ja, es gibt schon ein bisschen Präferenzen, oder, dass man auch im Tumorboard sagt, na ja, das ist ein Patient, der hat schon eine erhebliche Vorerkrankungslast, ist aber doch so jung, dass man ihn therapieren möchte. Aber er würde vielleicht eine OP nicht überstehen, dann wäre das sicherlich eher ein Kandidat für eine Strahlentherapie. Ja, während hingegen ein sehr junger Mann, der noch eine sehr lange Lebensspanne vor sich hat, dann vielleicht doch eher zur Operation beraten werden würde. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr individuell und man ist da inzwischen sehr ergebnisoffen in der Beratung. Ich denke, das ist schon mal ein großer Fortschritt heutzutage. Manchmal wird im Zusammenhang mit der Operation von dem Goldstandard gesprochen, also dass Operationen eigentlich am erfolgversprechendsten sind. Kann man das denn überhaupt noch so halten? Oder gilt das gerade, wenn wir jetzt von robotisch unterstützten Operationen sprechen, und sind die Erfolgsaussichten da noch mal besser? Also jetzt bezogen auf die Operationen sind die onkologischen Ergebnisse auch jetzt verglichen mit der offenen Operation und auch funktionell vergleichbar. Ein Vorteil ist, dass der Blutverlust signifikant geringer ist. Und das war so, also die Liegezeit ist, also die Patienten sind in der Regel kürzer im Krankenhaus, aber das geht jetzt nicht darum, die Betten auszulassen, sondern dass dem Patienten geht es nach einer robotisch assistierten Operation besser. Die sind schneller auf den Füßen. Das ist auch etwas, was wir aus der laparoskopischen Therapie von anderen Erkrankungen wissen, dass das Vermeiden des Bauchschnitts dazu führt, dass die Patienten sich sehr viel schneller erholen. Und das ist etwas, was sicherlich der Vorteil für den Patienten, der augenscheinlichste Vorteil für den Patienten ist und auch eben dieses erniedrigte Blutungsrisiko und das Ganze mit wirklich hervorragenden onkologischen, funktionellen Ergebnissen gepaart. Also als Pathologe würde ich auch noch anmerken, dass ja auch die Entnahme des Organs mit dem kurativen Ansatz letztendlich eine noch erweiterte, noch spezifischere Diagnostik des Tumors erlaubt, weil ich dann das gesamte Organ habe und das ganze Organ auch untersuche und dann genau sagen kann, wie groß ist der Tumor jetzt tatsächlich im Vergleich zu den vorherigen bildgebenden Daten und den Stanzbiopsiedaten und wie ist der Gleason-Score tatsächlich. Vielleicht findet sich eine Tumorkomponente, die bisher gar nicht gesehen wurde und wo man dann aber im Hinterkopf hat, oh, wir dürfen uns nicht wundern, wenn dieser Fall tatsächlich ein klein bisschen aggressiver läuft, als wir das sonst gedacht hätten. Aber ich glaube, das ist nur ein minimaler Mehrwert, weil das bei den vergleichenden Studien von Chirurgie versus Bestrahlung keine Rolle spielte. Gut, das Upgrading ist sicherlich immer ein Thema, was dann auch wiederum etwas ist, was auf die Biopsie zurückfällt. Das heißt, dass der Befund in der Biopsie eigentlich günstiger aussieht, als das, was man letzten Endes, wenn man das ganze Organ zum Untersuchen hat, sich darstellt. Ja, da gibt es ja auch so, ich sage mal, die Daumenregeln aus der alten Zeit vor der Einführung der multiparametrischen MRT, dass man etwa 50 Prozent der Fälle nach der Operation sieht, oh, der Tumor ist doch ein klein bisschen aggressiver, als wir das vorher in den Stanzen gesehen haben. Ja, immerhin 50 Prozent. Und es gibt aber auch 20 Prozent der Fälle, wo man sagt, na ja, die Stanze hat es irgendwie doch überschätzt. Ja, gesamthaft betrachtet ist der Tumor gar nicht ganz so aggressiv. Diese Re-Klassifikationsrate ist jetzt allerdings durch die moderne MRT-gestützte Biopsie etwas besser geworden. So kann man so unterm Strich sagen, weil man dann doch die aggressiveren Tumoren gezielter diagnostiziert und dann weniger Überraschungen bei der Operation erlebt. Ah ja. Wenn wir jetzt noch mal auf die Operation schauen, hat der Pathologe denn eigentlich auch während der Operation eine Funktion? Ja, und das hat er auch immer wieder gehabt in der Vergangenheit. Es gab mal eine Zeit, da wurden bei der Operation der Prostata zunächst die Lymphknoten entnommen. Und wenn die Lymphknoten, die dann während der Operation vom Pathologen untersucht wurden, das geht natürlich nicht mit Entwässerung und Paraffineinbettung, sondern die werden gefroren und dann geschnitten, das ist der sogenannte Gefrierschnitt oder auch Schnellschnitt genannt, weil er eben sehr schnell gehen muss. Also unter 20 Minuten sollte man das hinbekommen von Eingang der Probe bis Durchsage der Diagnose. Und dann wurden die Lymphknoten untersucht und wenn die dann negativ waren, also tumorfrei waren, dann hat der Operateur weitergemacht. Wenn dann positiver Lymphknoten war, also ein Tumor mit Karzinomabsiedlung, hat man aufgehört. Mittlerweile weiß man, dass dieses Prozedere eigentlich nicht so viel gebracht hat. Und man setzt uns dafür nicht mehr ein. Aber wir bekommen jetzt während der Operation häufig die gesamte Prostata. Und dann ist die Frage des Chirurgen, sind die Schnittränder tumorfrei? Oder soll ich hier oder da vielleicht noch ein bisschen Gewebe wegnehmen? Weil der Chirurg ja am Ende eine tumorfreie Entfernung der Schnittränder, also er will den Tumor ja im Gesunden entfernen und somit eben den Patienten heilen. Das ist der intraoperative Schnellschnitt der Prostata. Der ist sehr stark vorangetrieben worden von der Martini-Klinik in Hamburg, die da eine Pionierrolle doch gespielt hat, muss man sagen, auch sehr, sehr beeindruckende Fallzahlen publiziert hat mit irgendwie 11.000 Fällen oder so. Und dann wurde verglichen, wie ist das Ergebnis während der Operation mit der abschließenden, da gab es also ganz minimale Differenzen. Wir haben jetzt selber mal unsere eigene Serie von 300 Fällen, die wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren auch im Schnellschnitt intraoperativ, also während der Patient auf dem Tisch liegt, untersucht haben, uns angesehen und festgestellt, dass wir nicht ganz an die Zahlen der Martini-Klinik herankommen, aber dass doch in 90 Prozent der Fälle auch in der abschließenden Histologie das gleiche Ergebnis rauskommt wie in der intraoperativen Beurteilung. Das heißt also, ja, der Pathologe hilft dem Chirurgen, auch während der Operation, die Operation sozusagen noch zu optimieren, um am Ende den Heilungserfolg des Patienten zu erhöhen. Gibt es denn eigentlich so etwas wie nationale oder internationale Leitlinien? Woran orientiert sich denn der Pathologe? Nun, unsere Diagnostik gerade von Tumoren orientiert sich an den Leitlinien und Kategorisierungen der Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die zu jedem Organ, jeder Erkrankungsgruppe ein sogenanntes Blue Book, also so ein blaues Buch, wo die Erkrankungen katalogisiert sind, herausbringt. Die werden auch alle fünf bis zehn Jahre, je nach Häufigkeit, auch der Tumorentität neu herausgebracht. Und da steht drin, was nach derzeitigem Wissen sozusagen amtlich ist, an diagnostischen Kriterien und an Kategorien. Und bezüglich der Tumorausdehnung lokal, wie groß der Tumor ist und welche anatomischen Strukturen ein Tumor eingebrochen ist, orientieren wir uns an der sogenannten TNM-Klassifikation. T heißt Größe des primären Tumors, N lokale Lymphknoten und M systemische Metastasen. Das ist von der UICC herausgegeben und wird von denen gepflegt. Und das sind so die, ich sage mal, die großen, wichtigen Parameter, die wir für die Tumordiagnostik nutzen. Es gibt natürlich auch für Organe oder Organerkrankungen sogenannte S3-Leitlinien. Es gibt eine S3-Leitlinie auch für das Prostatakarzinom, die jetzt gerade im Juli diesen Jahres neu aktualisiert herausgegeben wurde. Und darin hat die Pathologie auch einen Teil, wo also drinsteht, wie der Pathologe was befunden muss und untersuchen muss. Aber eine eigene S3-Leitlinie nur für die Pathologie, jetzt organübergreifend, gibt es nicht. Wenn wir in dem Zusammenhang über die histologische Aufarbeitung von Präparaten sprechen, geht es auch manchmal um Immunhistochemie. Wenn Sie vielleicht mal kurz erklären würden, was untersucht man da, was deckt eigentlich Immunhistochemie ab? Ja, zunächst mal, die normale Histologie ist die Untersuchung eines zumeist mit Himalaun und Eosin abgekürzt HE-gefärbten Schnittpräparates. Das nennt man auch die konventionelle gewöhnliche Histologie. Und das ist schon sehr, sehr aussagekräftig für sehr viele Erkrankungen. Wir haben aber mit der sogenannten Immunhistochemie die Möglichkeit, bestimmte Moleküle oder auch Epitope, wie man sagt, im Gewebekontext sichtbar zu machen. Man kann also beispielsweise einen Hormonrezeptor, den wir im HE-Schnitt nicht sehen können, sichtbar machen. Dann können wir auszählen, wie viel Prozent der Tumorzellen einen Hormonrezeptor beispielsweise tragen. Und bei der Prostata wird die Immunhistochemie vor allem zur Absicherung der Diagnose genutzt, weil eines der definierenden Kriterien des Prostatakarzinoms der Verlust einer bestimmten Zellpopulation, das sind die Basalzellen, ist. Und da nutzen wir dann Marker für Basalzellen, um wirklich zu zeigen, dass hier in einem bestimmten Gewebeabschnitt keine Basalzellen mehr vorliegen. Und das unterstützt dann unsere Diagnose eines Prostatakarzinoms. Also kurzum, es ist eine Methode, die natürlich die Kosten etwas steigert, die aber wesentlich zur Sicherheit einer Diagnose beiträgt. Die Erkenntnisse aus der Immunhistochemie, helfen die denn auch bei der Prognose? Nein, nein, derzeit nicht. Es gibt zwar im wissenschaftlichen Bereich sehr, sehr viele sogenannte Prognosemarker, die in kleinen, retrospektiven Serien von Prostatakarzinomen aufgezeigt wurden, dass die möglicherweise eine prognostische Bedeutung haben, aber für den klinischen Einsatz gibt es derzeit keine immunhistochemischen Marker, die für die Prognoseeinschätzung herangezogen werden. Es gibt zwei Kandidaten, die häufiger diskutiert werden, die auch wir wissenschaftlich mit untersuchen. Das eine ist die sogenannte Proliferationsfraktion, gemessen an der Ki67, KI-67 Immunhistochemie, aber auch da gibt es Schwierigkeiten der Standardisierung der Technik der Immunhistochemie und darum ist es schwierig, einen Grenzwert von einem Standort auf einen anderen Standort zu übertragen. Der andere Marker, der auch gerne diskutiert wird in den letzten Jahren, heißt P10, das ist ein Tumorsuppressor, der im Prostatakarzinom tatsächlich häufiger verloren ist und wenn dieser Zustand vorliegt, dann ist die Prognose etwas ungünstiger. Auch da sind wir gerade dabei zu untersuchen, ob es möglich ist, diese P10-Immunhistochemie diagnostisch für die Einschätzung der Prognose zu nutzen, aber derzeit ist das noch nicht Standard, das ist alles im Rahmen von Studien. Herr Professor Christiansen, wenn Sie vielleicht für den interessierten Zuhörer noch mal ganz kurz erklären wollen, was genau macht man, macht der Pathologe, wenn er immunhistochemisch untersucht? Eine Immunhistochemie wird bei diagnostisch schwierigen Läsionen herangezogen, um trotz dieser Schwierigkeiten durch die Darstellung bestimmter Zellen, in der Prostata sind es häufig Basalzellen, doch noch eine Klärung der diagnostischen Frage zu erreichen. Wenn ich beispielsweise zwei, drei Drüsen sehe, die atypisch sind, die also einige Kriterien eines Karzinoms erfüllen, aber vielleicht nicht alle und ich mich frage, sind hier Basalzellen oder nicht, dann kann ich durch eine immunstochemische Untersuchung klären, ob Basalzellen da sind oder nicht und so dann eben von einer beschreibenden Diagnose, wie atypische Mikroarzinie, damit kann Herr Hauser nicht viel anfangen, hin zu entweder es ist eine gutartige Läsion, die zwar ein bisschen aussieht wie ein Karzinom, aber trotzdem gutartig ist, oder aber es ist tatsächlich ein Karzinom. Und damit habe ich dann eine diagnostische Klärung dieser schwierig einzuschätzenden Läsion erreicht. Ich glaube, was den Laien so ein bisschen irritiert, ist dieses Wort Chemie in Immunhistochemie. Also inwiefern spielt da Chemie eine Rolle? Das ist eine gute Frage. Es gibt auch die Möglichkeit, diese Technik als Immunhistologie zu bezeichnen. Das kommt aber letztlich daher, dass wir neben den konventionellen Farbstoffen wie Hemalaun, Eosin auch eine Möglichkeit haben, chemische Reaktionen tatsächlich auf dem Schnitt stattfinden zu lassen. Sie können beispielsweise beim Eisennachweis, indem Sie dann mit Kaliumhexer Cyanopharat den Schnitt inhibieren, machen Sie eine Berliner Blaureaktion. Das kennt man noch aus dem Schülerexperimentierkasten. Wenn man Eisensalze und gelbes Blutlaugensalz zusammenkippt, dann hat man diesen schönen blauen Farbniederschlag. Genau das kann man aber auch auf dem Schnitt und das ist eine Histo-Gewebe- chemische Reaktion, eine chemische Reaktion am Gewebe. Und bei der Immunhistochemie sozusagen als nächsten Schritt nutzen wir Antikörper, die an den Strukturen, die wir suchen, binden und die dann in einem weiteren chemischen Reaktionsschritt sichtbar gemacht werden. Daher kommt die Chemie in diesem Unwort vor. Wir waren eben bei dem Thema Marker vielleicht noch mal darauf zurück. Sie sagten, das ist im Grunde noch so ein bisschen in der Erprobungsphase, aber für Prognosemarker. Prognosemarker, genau. Für Diagnosemarker nicht, also das ist lang etabliert, wird weltweit eingesetzt und trägt maßgeblich zur Sicherung der Diagnose bei. Herr Professor Christiansen, Sie sprachen eben von diesen zwei immunhistochemischen Prognosemarkern, die in der Diskussion sind. Gibt es denn auf molekularpathologischer Ebene noch Kandidaten für Prognosemarker, die vielleicht in Zukunft eine Rolle spielen können oder jetzt schon eine Rolle spielen? Also ja, Kandidaten gibt es da eine ganze Reihe von Molekülen, die sich auch in einer standardisierbaren Weise messen lassen am Gewebe als eine Immunhistochemie. Es kann, die Immunhistochemie ist ja eine semi-quantitative Technik und darum für die Messung per se nicht besonders gut geeignet. Und es gibt sogar auch inzwischen kommerzialisierte Angebote von Tests, die an großen Serien gezeigt haben, dass sie eine prognostische Aussage treffen können über die Histologie hinaus. Das Problem bei diesen Markersets oder bei diesen Angeboten sehe ich einmal darin, dass die sehr teuer sind, dass sie keine Kassenleistung darstellen und dass auch einige Studien gezeigt haben, dass auch diese Tests möglicherweise keine befriedigende Antwort auf die intratumorale Heterogenität des Prostatakarzinoms bieten. Ich will sagen, wenn ich zweimal in denselben Tumor hineinsteche und ich bekomme dann unterschiedliche Testergebnisse, der eine sagt, das ist ein Low-Risk-Tumor, der andere sagt, das ist ein High-Risk-Tumor, dann muss man sich natürlich fragen, warum ich jetzt diese 6.000 Euro ausgegeben habe. Insofern denke ich mal, diese Entwicklungen sind äußerst interessant. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die klassische Histologie irgendwann durch einen vielleicht etwas preiswerteren molekularen Test ergänzt werden wird, aber derzeit ist das wie gesagt nicht leitliniengerechte State-of-the-Art heutzutage 2021. Gut, jetzt könnte man vielleicht sagen, Gesundheit ist unbezahlbar. Wem würden Sie überhaupt dazu raten, da vielleicht Geld in die Hand zu nehmen? Ja, wer das Geld über hat und wer besonders neugierig ist, der kann das vielleicht machen. Ansonsten ist es, glaube ich, sehr schwierig, da eine spezifische Empfehlung auszusprechen. Wie gesagt, ich finde diese Entwicklung sehr interessant. Ich glaube auch, dass sie Zukunft hat. Ich könnte mir vorstellen, dass zukünftige Generationen dieser molekularen Prognosemarkertests da noch bedeutsamer werden werden, als diejenigen, die wir derzeit zur Verfügung stehen haben. Also das ist eher eine Zukunftsperspektive vielleicht. Wie gesagt, das ist jetzt schon vorhanden. Es ist sicherlich auch in den USA schon verbreiteter als bei uns und man muss diese Entwicklung, glaube ich, noch weiter beobachten und mehr Daten würden natürlich nicht schaden, insbesondere in der Situation, die für den Urologen am schwierigsten zu planen ist, nämlich die Frage, ist das ein Patient für eine abwartende, beobachtende Strategie, also eine Active Surveillance Strategie, die ja kurativ ist im Ansatz. Ich möchte den Patienten irgendwann heilen, aber ich möchte ihn, bis es notwendig ist, zu therapieren, die ganzen Nebenwirkungen der Therapie ersparen. Und da braucht man natürlich eine möglichst präzise Einschätzung der Aggressivität des Tumors. Und ich könnte mir vorstellen, dass das die Situation ist oder die Indikation ist, wo diese Tests ihre größte Bedeutung bekommen werden. Aber da müsste man natürlich auch mal diese Tests tatsächlich in einer breiten Patientenpopulation validieren für genau diese Anwendung in einer prospektiv randomisierten Weise. Da gibt es auch kommerzielle häftliche Tests, aber die auch zumindest in dem Rahmen, in dem sie evaluiert wird, das genauso gezeigt haben. Aber da fehlt ein bisschen das in die Breite gehen. Und da ist das der Haupthinderungsgrund, dass das halt industriell entwickelt ist. Und da sagen wir mal, man muss halt auch am Ende ein Gewinn rausgucken, was dann zum Teil eben auch den hohen Preis begründet. Und die Verfahren sind aufwendig, also viele Labore für bestimmte Tests, da fahren dann Blutproben, die man auch zusätzlich wegschickt. Das wird häufig im Blut bestimmt, diese Marker, oder nicht unbedingt im Gewebe. Das wird dann in den USA analysiert und das braucht seine Zeit. Das kann man in der Regel auch abwarten, aber das ist noch nicht kein Standard. Und das ist, wie du es gesagt hast, halt eben wirklich ein Add-on, wenn jemand da eine noch höhere Sicherheit oder noch eine Bestätigung braucht für etwas, was der Pathologe mit den Sachen, die er untersucht hat, eigentlich schon geliefert hat. Okay, wenn wir jetzt noch mal zum chronologischen Ablauf zurückkehren, nach der Operation, wie unterstützt der Pathologe das Tumorboard oder welche Informationen liefert der Pathologe nach der Operation? Ja, nach der Operation untersuchen wir dann das entnommene Organ und können dann die abschließende Tumoreinschätzung vornehmen. Wir können dem Chirurgen sagen, wie das Tumorstadium ist, jetzt wirklich am Gewebe gesehen, wie der Gleason-Score ist, ob der Schnittrand positiv oder negativ ist, ob der Tumor besonders gern oder häufig in Nervenscheiden einbricht und, und, und. Und das sind alles Parameter, die dann auch für die nachfolgende Therapieplanung auch von euch genutzt werden, oder? Ja, es gibt bestimmte Situationen, wo man noch zum Beispiel eine weitere Therapie anschließt, also dass man nach der Operation eine Strahlentherapie macht, wobei man heute da sehr viel zurückhaltender ist. Früher wurde relativ, also wenn der Schnittrand positiv war und am Rand ein Tumor war, der eine gewisse Aggressivität, also einen entsprechend hohen Leasing-Score auch gehabt hat, dann hat man da bestrahlt. Heutzutage weiß man, das ist auch durch Studien gut abgesichert, dass für die meisten Situationen man eigentlich dann in eine PSA-Wertkontrolle geht und erst behandelt, wenn der PSA-Wert wieder hochgeht. Es gibt bestimmte Ausprägungen des Karzinoms, so intraduktale Karzinome, Kriebriform-Karzinome, das sind bestimmte Arten, die der Pathologe beschreibt, da kann man, wir hatten ja anfangs gesagt, dass es eine genetische Disposition gibt bei Patienten, da wäre zum Beispiel auch zu überlegen, ob man dann nochmal genetisch schaut, ob der Patient bestimmte Mutationen aufweist, was zum Beispiel für die Beratung von Geschwistern oder Nachkommen eine gewisse Wichtigkeit haben kann. Kann man denn als Patient eigentlich davon ausgehen, dass wenn man dann operiert ist und der Pathologe feststellt, dass der Tumor zum Beispiel vollständig entfernt ist, dass man dann geheilt ist? Also für die meisten Patienten trifft das zu, ja. Also der Pathologe, es hört sich jetzt nicht so ganz gut an, der Pathologe sieht mehr als der Operateur, aber der Pathologe guckt auch mit 200-facher Vergrößerung auf die Krankheit. Wir schauen intraoperativ mit zehnfacher Vergrößerung und man muss sagen, die Operationstechnik ist so angelegt, dass man den Tumor eigentlich gar nicht sehen will. Und das tun wir in der Regel auch nicht, sondern wir haben bestimmte anatomische Grenzen, indem wir die Drüse entfernen und wir können diese Grenzen, wenn wir eine Nerverhaltung um die Nerven, die für die Erektionsfähigkeit zuständig sind, zu schonen, die laufen in der Prostatakapsel oder sehr nah an der Prostatakapsel und sind da verbunden mit bestimmten Faszien und je näher ich an der Drüse bin, umso mehr Gewebe lasse ich zurück, wenn ich sie entferne. Und das war dieser Punkt, das hatten wir eben mit den Schnellschnitten besprochen, wo wir dann wissen müssen, in der Operation ist der Rand im Schnellschnitt frei, ansonsten würde man das Bündel dann, wenn es positiv ist, noch resizieren. Das wäre der direkte Punkt und geheilt sind nicht alle Patienten, weil wir eben auch Zellen haben, die irgendwo sein können, die wir zum Zeitpunkt der Operation auch nicht identifizieren können, weil die Diagnose mit egal was, an Bildgebung, MRT, wir haben bestimmte PET-Verfahren und so weiter, braucht immer ein gewisses Volumen, um positiv zu sein. Und einzelne Zellen, die sich jetzt in einem Lymphknoten oder in einer Lymphbahn befinden, die wir nicht entfernt haben, die schlummern da auch erst mal. Aber das ist für die meisten Patienten, kommt es nicht zum Tragen, weil der Tumororgan begrenzt ist. Es gibt lokal fortgeschrittene Tumore, da kann es sein, dass es weitere Therapien braucht. Und das klang ganz am Anfang mal an, wir haben früher, sobald wir nur einen Lymphknoten hatten, der positiv war, die Operation gar nicht mehr zu Ende geführt. Also da ist man gar nicht die Prostate angegangen, das hat sich geändert. Also auch Patienten zum Beispiel, bei denen wir schon zur Operation wissen, dass sie metastasiert sind und wir unterscheiden, reden dann von einem oligometastasierten Oligo, das heißt wenig, also ein Tumor, der, wo die Metastasenlast, also wo zwei, drei Lymphknoten in der Auspreisungsdiagnostik positiv sind, im Idealfall kann man die im Rahmen der Operation entfernen oder dann gibt es kombinierte Verfahren, Prostate entfernen, Metastasen bestrahlen, heilt den Patienten nicht unbedingt, aber mit all dem, was wir jetzt wissen, das ist ein nicht mehr ganz neuer Ansatz, aber bei dem Ansatz wissen wir, dass auch wenn wir den Patienten nicht heilen, der profitiert im Sinne des Überlebens davon und setzt eine gute Auswahl der Patienten, die dafür in Frage kommen, natürlich voraus, aber das sind Patienten, die nach der Operation nicht geheilt sind, aber es kann sein, dass Tumor irgendwo ist, wo wir es nicht sehen oder dass wir eben doch am Rand den Tumor nicht entfernen konnten, weil irgendwann ist da auch Enddarm oder ist der Tumorrand dann doch unerwartet positiv, sodass es dann zu einem Wiederauftreten, das nennen wir dann Rezidiv, kommen kann und das zieht dann häufig noch eine weitere Behandlung nach sich. Über den Daumen gepeilt, wie viel Prozent der Patienten werden denn früher oder später eine Erkrankungsprogression erleiden? Das kann man, also wenn man das jetzt als Pauschalzahl angeht, würde es, fände ich das eher verwirrend, wir wissen, dass bei den lokalisierten Stadien, also es wären so T2-Tumore, T2 heißt, der Tumor ist auf die Drüse beschränkt, ist das wirklich selten, würde ich mal sagen, mit 10 Prozent ungefähr würde ich das angeben und je größer diese Zahl hinter dem T wird, also bei T3-B wieder etwas mehr und wenn der Tumor in irgendwelche Strukturen gewachsen ist, in die Blase, in den Beckenboden oder so, dann nehmen diese Raten auch eben rapide zu. Aber was man individualisiert sagen kann, für den einzelnen Patienten das Rezidiv Vorhersagen, das ist schwierig, auch Patienten, die einen T3-Tumor haben, haben wir auch gelernt, sind prognostisch nicht unbedingt schlechter als ein T2-Tumor, wenn er R0 entfernt ist. T3 heißt, der Prostatakrebs ist in die Samenblasen zum Beispiel eingewachsen, also durch die Prostatakapsel hindurch, aber wenn da der Tumor komplett mit den Samenblasen entfernt werden, ist die Prognose nicht unbedingt schlechter. Also das sind die Patienten, die wir ja. Würde ich jetzt als Wissenschaftler und Statistiker dagegen halten und sagen, alle großen Serien haben immer gezeigt, dass T3-Tumoren viel höhere Progressionsraten haben als T2-Tumoren, was natürlich nicht im Einzelfall ausschließt, dass auch ein T3-Tumor mal sehr günstig verlaufen kann. Wobei T3-Tumoren werden nicht mehr generell nachbehandelt, sondern das hat sich da geändert. Ja, ich denke, man kann sagen, dass die Therapie auch des operierten oder therapierten Prostatakarzinoms sich da in den letzten Jahren immer mehr spezifiziert hat. Schon, oder? Ja. Dann sind wir quasi in der nachoperativen Phase. Also mit welchen Methoden werden denn die Patienten überwacht, vielleicht um das Auftauchen eines Rezidivs festzustellen? Also was passiert nach der Operation? Nach der Operation geht der Patient in die Nachsorge und da spielt, wenn er operiert wird, der PSA-Wert eine Rolle, der sollte nach drei Monaten, also was man wissen muss, der PSA-Wert hat eine Halbwertszeit, die so bei sechs Wochen ungefähr ist, also nach sechs Wochen sollte der sich halbiert haben und der fällt im Laufe der Zeit im Idealfall unterhalb der Nachweisgrenze, die bei uns jetzt bei 0,01 Nanogramm pro Milliliter liegt, ab und da sollte der Wert im Idealfall bleiben. Es gibt das, was wir ein biochemisches Rezidiv nennen, das heißt, wir haben einen PSA-Wert, der ansteigt, das Rezidiv ist definiert einmal auf die Grunderhöhe des Wertes und dass es wenigstens zwei Werte gibt, die angestiegen sind und da muss man gucken, also wenn das ein sehr niedriger PSA-Wert ist, findet man in den Bildgebungen nicht unbedingt auch etwas, was dem entspricht, also der Nachweis, wo ist das denn, der gelingt nicht unbedingt und je nachdem, wie der zeitliche Zusammenhang zu Operationen ist mit diesem Anstieg, also je länger das gedauert hat, umso wahrscheinlicher ist eher ein lokales Geschehen, muss man am Ende gucken und dann gibt es auch wieder unterschiedliche Therapiestrategien, die man verfolgen kann, also dass man dann eine sogenannte Salvage-Bestrahlung, also dann eine Bestrahlung nach erfolgter Lokaltherapie macht oder eben medikamentös behandelt mit einem androgenen Zug in der Regel. Was ist denn mit dem PSMA-Patch-CT? Das ist ja in den letzten Jahren auch sehr populär geworden, magst du das nochmal kurz erklären? Ja, spielt in der, also das PSMA heißt Prostata-spezifisches Membran-Antigen, das ist ein Oberflächen-Eiweiß, was zuerst auf den Prostata-Zellen beschrieben wurde, gibt es aber, ist nicht Prostata-spezifisch, kommt zum Beispiel auf den Speicheldrüsen, auch vor im gesunden Gewebe, ist aber, wird vom Prostata-Karzinom bei der überwiegenden Mehrheit der Prostata-Karzinome exprimiert. Man nimmt einen Antikörper, der gegen dieses PSMA gerichtet ist und da wird ein nuklearmedizinischer Marker, also ein radioaktives Element dran gekoppelt und das wird dem Patienten gespritzt, er fährt durch einen CT und gleichzeitig eine Kamera, die die Radioaktivität aufzeichnet, das sind dann zwei Bilder, die übereinander gelegt wird und dann kann man an den Stellen, wo dieser radioaktive Marker sich anreichert, eben unter anderem in Prostata-Karzinom-Zellen sagen, dass da meine die Metastasen sind, die den PSA-Anstieg zum Beispiel begründen. Wir wissen, dass wir einen hohen Prozentsatz an Patienten haben, die, wenn dieser PSA-Wert unter 1 ist, wo wir das nicht sehen können, aber eben auch einen Teil haben, wo man es sehen kann, ab einem PSA-Wert über 1 im Rezidivfall ist das ein sehr zuverlässiges Verfahren. Es gibt zwei Indikationen, das eigentlich einzusetzen. Die eine Indikation ist, zu gucken, wie ist die Ausdehnung, also bei einem zum Beispiel primär metastasierten Karzinom oder wenn der Patient mit einem sehr hohen PSA-Wert kommt, um zu gucken, wo ist es überall. Früher haben wir das mit einer Computertomographie und auch einer nuklearmedizinischen Untersuchung vom Skelett gemacht. Jetzt haben wir eine Methode, die auch zum Beispiel vergrößerte Lymphknoten anfärbt. Es gibt verschiedene Gründe beim Lymphknoten vergrößert sein können. Wenn der PSMA exprimiert und leuchtet, dann sind das sicherlich Lymphknoten, die was mit dem Prostatakarzinom zu tun haben, also für die Diagnostik. Das zweite ist für die Therapieüberwachung. Wir haben in der metastasierten Situation viele verschiedene Therapieoptionen und da entkoppelt sich nicht selten der PSA-Wert von dem, was eigentlich geschieht am Tumor. Also wir haben einen PSA, der sich nicht verändert, aber radiologisch nimmt zum Beispiel die Zahl der Knochenmetastasen zu, die Lymphknoten vergrößern sich, sodass wir da für die Therapiebegleitung Schlüsse aus dem PSMA-PET ziehen. Also die Indikationen sind da relativ weit. Es gibt auch, wenn wir lokal Patienten haben, der jetzt einen sehr hohen Gliesengrad hat, also sprich, einen sehr biologisch aggressiven Tumor hat, also ein Isob-5 Karzinom beispielsweise, wo der PSA-Wert vielleicht zwischen 10 und 20 oder vielleicht sogar über 20 ist, da kann man das auch, aber das ist jetzt nicht in der Leitlinie drin, es gibt Zentren, die das machen und einsetzen, dass man das dann da auch in der Diagnostik letzten Endes einsetzt. Der größte Nachteil sind die Kosten, die damit verbunden sind. Also da gibt es bestimmte Indikationen, auf die der Routine-Einsatz beschränkt ist. Aktuell gibt es Konstrukte mit den Krankenkassen, dass man das in der hormonrefraktären Therapiesituation einsetzt, dieses PSMA-PET. Im klinischen Alltag wird es sicherlich etwas breiter eingesetzt, aber da wir sind halt universitär unterwegs, bei uns ist das auch eine Sache, die im Rahmen der Forschung geguckt wird, inwieweit dieser frühe Einsatz auch beim lokal begrenzten Tumor die Therapieentscheidung beeinflussen kann. Aktuell haben wir eine Studie dazu aufgelegt, bei uns am Zentrum, wo die Pathologie, die Radiologie, Urologie beteiligt sind, wo wir schauen, hilft es uns frühzeitig das PSMA-PET einzusetzen, um eine Therapieentscheidung zu machen. Das beeinflusst mehr Information die Therapie. Und da müssen wir, das ist sicherlich eine spannende Frage, da müssen wir noch gucken, was sich da am Ende zeigen wird. Das ist noch ergebnisoffen. Herr Dr. Hauser, Sie sprachen gerade von einem Tumor, der Metastasen gebildet hat, also auch einen fortgeschrittenen Zustand. Wie ist denn eigentlich die Aufgabe der Pathologie, Herr Professor Christiansen? Also was kann die Pathologie noch tun bei so einem fortgeschrittenen Tumor? Ja, bis dato haben wir relativ wenig getan in dieser Situation, weil diese Metastasen nicht mehr biopsiert wurden. Wir haben also von diesen Metastasen im Regelfall kein Gewebe bekommen. Und das ändert sich aber gerade, weil wir eben gelernt haben, dass auch das fortgeschrittene Prostatakarzinom Veränderungen haben kann, die die weitere Therapieplanung noch mal modellieren helfen. Und das liegt so ein bisschen auch an der Therapieform. Die meisten Prostatakarzinome werden ja früher oder später durch einen Androgen, also einen Hormonentzug oder eine Hormonblockade therapiert werden. Das ist ein Prinzip seit 70 Jahren bekanntes Therapie-Schema, dass man gesehen hat, okay, dieser Tumor braucht männliche Hormone, um sozusagen am Leben zu bleiben und zu wachsen. Und wenn wir ihm die entziehen, also traditionell wurden die Patienten kastriert oder orchiektomiert, wie dann der Fachbegriff ist, und dann sah man die Tumoren, die schmolzen wieder zusammen. Nur der Therapie-Erfolg ist doch recht variabel und sehr individuell. man sagt so als Daumenregel nach, entweder drei Monaten bis drei Jahren haben irgendwie 80% der Patienten dann einen Tumor bekommen, der gelernt hat, mit diesem Mangel an Androgenen zu leben. Und dann wächst er auf einmal wieder und verursacht dann die Probleme. Und dann sprechen wir von einem kastrationsresistenten Prostatakarzinom, abgekürzt CRPC. Das ist so ein global verwendeter Kurzbegriff für diese Erkrankung. Und diese Erkrankung hat jetzt mit dem primären lokalisierten Prostatakarzinom von seiner Dynamik her gar nichts mehr zu tun. Das ist eine aggressive Erkrankung, die auch schneller metastasiert und den Patienten dann auch schneller umbringen kann. Und darum wird dann da auch bei der Therapie entsprechend aggressiver systemisch vorgegangen. Es gibt Chemotherapien, die man einsetzen kann. Es gibt modernere Antiandrogene, die auch bei einer gewöhnlichen Kastrationsresistenz noch etwas an Lebenszeit herausbringen können. Und wir haben auch neue Pharmaka, die bestimmte Tumoren mit bestimmten genetischen Veränderungen sehr gezielt treffen können. Das sind die Gruppe der sogenannten PARP-Inhibitoren. Das ist so ein DNA-Reparaturweg und wenn diese Tumoren auf einem anderen alternativen DNA-Reparaturweg Defekte haben und das kann man testen, das sind die Gene BRCA1, BRCA2, es gibt auch andere, und wenn sie dann Defekte haben, dann würde man durch diese Therapie dem Tumor die Möglichkeit oder den Tumorzellen die Möglichkeit der Reparatur komplett nehmen und das überleben die nicht. Das ist das Prinzip der synthetischen Letalität und es ist seit dem letzten November in Deutschland zugelassen, ein Pharmakon, was eben diese Testung auch erfordert. Das heißt also, wenn man einen Patienten hat, metastasiert, CRPC, dann kann man ihn genetisch testen beziehungsweise, das macht der Molekularpathologe, der sequenziert dann das Tumorgewebe oder die DNA des Tumorgewebes und schaut nach, ob diese Gene intakt sind oder ob sie defekt sind und wenn sie defekt sind, dann kann therapiert werden. Dann hat der Patient bei einer verhältnismäßig geringen Toxizität doch ein erhebliches Benefit. Ich glaube im Schnitt ein halbes Jahr oder so. Wir reden da schon von einer sehr aggressiven Erkrankung, wo man sich über jeden Monat Lebenszeitverlängerung freut. Oder eine andere Veränderung im Prostatakarzinom ist eine Umdifferenzierung in einen noch aggressiveren Tumortyp, in ein kleinzelliges Karzinom. Das passiert sehr selten, das ist nur etwa in einem Prozent der Fälle der Fall. Aber wenn ich das entdecke, dann habe ich mit den Therapieformen gegen kleinzellige Karzinome noch mal einen Ass im Ärmel, um diesen Patienten noch mal zwei Jahre oder so zu schenken. Aber man muss das natürlich testen, das heißt, man muss noch mal Gewebe gewinnen, angucken und sagen, ist es überhaupt noch ein Prostatakarzinom oder ist es jetzt ein kleinzelliges Karzinom? Wie gesagt, das ist nur ein Prozent. Die anderen Veränderungen, die liegen da bei den Bracker 1, 2, liegen, so bei 10 bis 12 Prozent. Aber so kommt dann eben Prozent zu Prozent dazu und wir hoffen, dass wir in diesem Tortendiagramm der molekularen Veränderung bei CRPC irgendwann möglichst viel abdecken, damit man sehr differenziert diese Erkrankung CRPC betrachten kann und dann eben auch sehr differenzierte individualisierte Therapien anbieten kann. Und das ist eigentlich das, was wir in der medikamentösen Thorema-Therapie halt auch eigentlich anstreben, weil bei vielen Therapien, die wir bisher geben, geben wir die Therapie und schauen, ob es wirkt. Wenn wir, also wir wissen, dass die größte Aussicht auf eine Wirksamkeit von diesen PAP-Inhibitoren, also das, was jetzt zugelassen ist, das Medikament, da heißt der Wirkstoff Olaparib, das ist halt besonders wirksam bei den Patienten, wo der in die Bracker 1, 2 Mutation nachgewiesen wurde. Es gibt in dieser Zulassungsstudie, gab es einen Arm, wo auch Patienten die Therapie halten, die das nicht hatten und da gab es auch einen deutlich geringeren, aber einen gewissen Teil Patienten, die davon profitiert haben und dann kommen wir wieder auf das zurück, was eben schon gesagt wurde, dass der Tumor halt auch eine Heterogenität hat, also dass es dann eben auch Tumoranteile gibt, die dann vielleicht eben diese Bracker 1, 2 Veränderungen aufweisen und letztlich ist dieses Bild mit, dass es eben zwei Arten gibt, die DNA zu reparieren und dass wir aus einer Teilsperrung, dass wir der Straße, wenn man so will, Bracker 1, 2 eine Vollsperrung machen, dass wir, wenn wir noch diesen Parkweg der DNA-Reparatur blockieren und dann verschwindet der Tumor. Es gibt andere Sachen, die auftauchen, also wir haben da so ein Panel, was sequenziert wird, die noch seltener sind, wo das nur einer von 1000 Tumoren aufweist, das wären dann so N-Track als Beispiel, das sind auch bestimmte Veränderungen, die besonders gut untersucht sind eigentlich bei kindlichen Tumoren und auch da bei Kindern dieses neue Medikament, was ist für diese oder neuen Medikamente, die es für diese Veränderung gibt, die darf ich nur geben, wenn ich diese Veränderung nachweise, kann aber eben für diesen Patienten und das ist übergreifend über alle Tumore erreichen, dass dieser Tumor aufgehalten oder angehalten wird und das sind eben Dinge, die man nur herausfindet, wenn man auch diese molekular pathologischen Ich wollte jetzt hier mit dem Wording nicht daneben greifen, wenn man das macht und eben auch untersucht und das nimmt auch wirklich immer mehr zu, also wenn wir im Tumorboard sitzen und wir haben das ist ja eine Therapie Sequenz die Patienten mit einer Metastasie Kranken durchlaufen durchlaufen das heißt wir fangen am Anfang an da das ist auch momentan wenn man so will ein extrem dynamischer Bereich also früher haben wir einen Hormonentzug gemacht gewartet bis dieser Kastrationsresistenz eingetreten ist jetzt wissen wir wenn wir gleich am Anfang den Hormonentzug machen und noch Medikamente dazugeben dass für die meisten Patienten sich das Überleben drastisch verbessert also haben wir jetzt anstatt mit einem Medikament mit dem Hormonentzug gemacht gibt zwei Medikamente dann ist die Frage wie ist dann die weitere Abfolge wo ist die Chemotherazepie zu positionieren und so weiter und das sind Sachen die werden an dem Tumorboard besprochen und dem Tumorboard sitzt auch immer der Pathologe und da sind dann eben auch wird dann eben auch der Auftrag formuliert dass wir eben versuchen möglichst an frisches Gewebe das wird sich jetzt also frisch im Sinne von das ist kein Gewebe was jetzt vor zehn Jahren bei der radikalen oder bei der Erstdiagnose biopsiert wurde sondern wir wissen auch dass dass er sich dann auf einmal ganz wild wird und in eine kleinzellige Histologie geht oder wir haben erlebt dass der Tumor passt sich ganz Darwinistisch gesehen er passt sich an an die veränderten Umstände und ist dabei verhältnismäßig erfolgreich und es kann natürlich sein gerade bei dem Thema BRCA1 BRCA2 dass schon der primäre Tumor dieselben Veränderungen hat aber ich würde diese genomische Sequenzierung zu dem Zeitpunkt der Erstdiagnose nicht machen sondern tatsächlich warten bis der Patient in der Situation ist dass er das braucht weil es ist ja doch eine sehr teure sehr aufwendige Untersuchung für die es in der primären Diagnose Situation direkt bei der OP auch keine Indikation für die Kassen gibt das zu erstatten und wir wissen auch dass gerade jetzt bei diesen BRCA1 2 Veränderungen das quasi alle Körperzellen da einen Defekt haben und da haben wir gelernt dass Patienten die das im Tumor aufweisen das auch bei 45 bis 50 Prozent auch in der Keimbahn haben und da hat es dann auch eine Konsequenz dass dann die Kinder eines Patienten der das als Keimbahn Mutation hat Keimbahn Mutation heißt in dem Zusammenhang dass es vererbbare Eigenschaft ist sollte man dann eben auch die Nachkommen oder die Verwandten testen um zu schauen weist er das auf und dann gibt es eben sowohl bei Männern und Frauen bestimmte Tumoren die bei diesem BRCA1-2 Gendefekten häufig auftreten Richtig darum ist es an den amerikanischen Leitlinien schon als Empfehlung formuliert dass man Patienten mit einem fortgeschritten oder metastasierten Prostatakarzinom auch beim Humangenetiker vorstellt der dann eben überprüft ob auch für den Rest der Familie interessant wären oder für die Nachkommen Herr Dr. Hauser Sie sprachen gerade von einem Tumor der Metastasen gebildet hat also auch einem fortgeschrittenen Zustand wie ist denn eigentlich die Aufgabe der Pathologie Herr Professor Christiansen also was kann die Pathologie noch tun bei so einem fortgeschrittenen Tumor also ich würde sagen es ist noch nicht möglich das ist jetzt vielleicht meinem Zukunftsglauben geschenkt und wenn ich sehe ich meine jetzt bin ich seit 25 Jahren im Thema mit dabei was sich jetzt vor allem so in den letzten 10 15 Jahren einfach an medikamentösen Therapiemöglichkeiten getan hat und inwieweit das Überleben der Patienten verlängert wird alleine durch die Medikamente die man hat das ist jetzt nicht eine also wir sind nicht dahin dass es eine chronische Erkrankung ist wie eine Diabetes Erkrankung oder so aber wir reden für viele Patienten und das trifft auch nicht auf alle zu aber viele Patienten so dass wir viele Jahre Lebenszeit mit den Therapien erreichen die auch lebenswert sind und das ist das ist in der Situation das Therapie Ziel und wir haben Patienten die auch zehn Jahre und mehr mit einer fortgeschrittenen Tumor Erkrankung leben können aber es ist bei diesen Patienten halt so dass man häufiger die Therapie wechselt und dass man da sehr genau beobachten muss wo ist der Tumor wie verhält er sich wie wächst er etc und wir haben auch jetzt es gehabt dass wir unter den Therapien auf einmal gewisse Anteile in dem Tumor die man vorher gar nicht gesehen hat zum Beispiel mit der Therapie selektiert haben und da ist es halt schon auch eigentlich immer wichtig dass wir sagen wir mal nicht nur an die Bildgebung PSMA und so weiter glauben sondern dass wir auch dafür sorgen den Pathologen mit Gewebe zu versorgen auch wenn wir die Diagnose Prostata Krebs schon haben und auch wissen dass der zunimmt aber da tut sich auch was und es tut sich auch was als Reaktion auf die Therapien die wir geben da verändert sich das und auf einmal sind Komponenten die vorher vielleicht ganz am Rand gestanden habe spielen sich jetzt in den Vordergrund was wiederum auch dazu führt dass die Therapien angepasst werden müssen und das ist halt ein Dialog der gefordert ist und der wichtig ist ich möchte das noch als Pathologe zusammenfassen also eine Heilung im Sinne der kompletten Eradikation der Tumor Erkrankung ist glaube ich nach wie vor nicht in Sicht bei einer fortgeschritten metastasierten Prostatakrebserkrankung aber wie du gesagt hast wir schaffen es doch immer mehr diese Krebserkrankungen eine ich sag mal chronischere Erkrankung zu überführen und das Leben Steinchen um Stöckchen zu verlängern mit den neuen Therapieansätzen und wenn dann der Patient am Ende an einer nicht dann hat man ihn ja quasi für seine Lebenszeit geheilt weil unendlich leben wir ja alle nicht ja für viele Patienten ist das Thema Zweitmeinung auch wichtig im Prinzip ist das ja immer möglich und jedem offen aber was ist Ihre Sicht auf die Zweitmeinung Herr Professor Christian ja eine Zweitmeinung kann sich natürlich lohnen in Situationen wo bei der Planung der Therapie quasi auf Messers Schneide steht ob man jetzt Therapie Form A oder B wählt beispielsweise bei der Auswahl eines Patienten für eine Active Surveillance Strategie da geht es ja wirklich darum hat der wirklich nur ein Low Risk Tumor sind es wirklich nur zwei oder drei Stanzen die da befallen sind oder sind da vielleicht noch andere Tumorherde oder ist der Tumorherd als aggressiver zu bewerten das ist die Situation wo ich denke hier könnte eine Zweitmeinung eine sinnvolle Idee sein einfach um die primäre Diagnostik abzusichern man muss dazu sagen wir haben im Rahmen von mehreren großen Studien die diagnostische Qualität in Deutschland so ein bisschen untersucht und bewertet und kommen zu dem Ergebnis zu dem erfreulichen Ergebnis dass die diagnostische Qualität in Deutschland grundsätzlich sehr gut ist und von daher ich würde also davon abraten jetzt jedenfalls eine Zweitmeinung zu schicken weil dieses Workload kann die Pathologie gar nicht stemmen sage ich mal es ist aber auch nicht notwendig und bei vielen Tumoren die eben ausgedehnter sind die fortgeschrittener sind die größere Gleason Scores haben da macht es auch keinen Unterschied ob jetzt irgendwie aus der Referenz Pathologie noch irgendwo ein kleiner Tumorfokus mehr oder weniger diagnostiziert wird oder ob der Gleason Score bei 8 oder 9 tangiert wird das taxiert wird das wird dann letztendlich zu der gleichen Therapieplanung führen aber wie gesagt für gerade diese Active Surveillance Patienten da kann man drüber nachdenken solche Zweitmeinungen werden ja oft in Referenz Zentren gemacht müssen die in Referenz Zentren gemacht werden und wie viele davon gibt es eigentlich in Deutschland ja also der Begriff des Referenz Zentrums ist ja nicht klar definiert also jeder kann sich Referenz Zentrum nennen es gibt in Deutschland aber doch auch geografisch gut verteilt in allen Regionen Kollegen die sich besonders leidenschaftlich und langjährig mit dem Thema Prostatakarzinom Diagnostik befassen und die dann für eine zweite Meinung angefragt werden und das dann bearbeiten also wir in Bonn bekommen etwa wo wir dann noch mal drauf gucken und dann da unsere Meinung zu sagen und ich bin da wirklich sehr ich sag mal bescheiden in meiner Beurteilung ich sage immer nur das ist meine persönliche Meinung das ist eine zweite Meinung die ich abgebe ich sage nicht dass die Meinung des ersten Kollegen damit jetzt irgendwie eine andere Wertigkeit hat das muss dann am Ende der andere Kollege entscheiden aber häufig ist es so so dass der etwas weniger erfahrene dem erfahrenen doch traut und dann bei der reanalyse seines eigenen befundes dann nochmal modifizieren kann vielen Dank Herr Dr. Hauser vielen Dank Herr Professor Christiansen vielen Dank auch an Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ich hoffe wir konnten die wichtigsten Fragen rund um den Prostatakrebs auf eine verständliche und kurzweilige Art beantworten wenn Sie mögen und falls Sie es noch nicht getan haben hören Sie doch auch noch in die anderen Folgen unseres Podcasts rein in denen wir einige grundsätzliche Fragen rund um die Pathologie klären und uns auch noch mit anderen Krebs Arten wie Hautkrebs und Brustkrebs beschäftigen Vielen Dank auf Wiedersehen und alles Gute 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 Gute